Ina Maria Greverus ist eine deutsche Volkskundlerin und Kulturanthropologin. Werde Gang Greverus studierte zunächst Germanistik, Skandinavistik, Kunstgeschichte und Volkskunde an den Universitäten Marburg und Universität Uppsala. 1956 promovierte sie sich an der Universität Marburg mit der Dissertation Die Geschenke des kleinen Volkes K.H.M. 182, eine vergleichende Untersuchung. Im Jahre 1970 folgte ihre Habilitation an der Universität Gießen mit der Arbeit der Territoriale Mensch. Eine Analyse der Phänomene Heimat und Identität. 1974 gründete sie das Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Frankfurt am Main und wurde dessen erste Professorin sowie Leiterin bis zu ihrer Emeritierung anno 1997. 1997 Greverus Nachfolgerin ist seit 1998 ihre Schülerin Gisela Welz. Publikationen Der Territoriale Mensch Ein Literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphänomen Frankfurt am Main 1972 Kultur und Alltagsweit Eine Einführung in Fragen der Kulturanthropologie München 1978 Auf der Suche nach Heimat München 1979 Neues Zeitalter oder verkehrte Welt Anthropologie als Kritik Darmstadt 1990 Die Anderen und Ich Vom Sich Erkennen erkannt und anerkannt werden Kultur-anthropologische Texte Darmstadt 1995 Anthropologisch Reisen Münster UA 2002 Preise und Auszeichnungen 1997 Goethe Plakette des Landes Hessen Bisons Signale Weather Für Untertitelung des ZDF, 2020